Dieser schicke Ford Focus Trend könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen bieten einen leichten Einstieg, auch hinten. Hier finden bequem drei Personen Platz. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad Notrat. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Turen. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Focus schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und heizbarer Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Lenkradbedienung und ein USB-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken, doch so praktischen Ford Focus Trend und seiner guten Ausstattung, wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen fünf Jahre Garantie ab Erstzulassung. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bei uns auf Sie. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020